ein spiel von funcom blitz 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 und micro application ich glaube das erste mal dass ich mir die vorspann jetzt ansehe und ein roter bildschirm pick wack 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 wac 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 halte ich für ein gericht so das sind wir dann auch schon im hauptmenü wie ihr vielleicht schon am bildschirm sehen kann oder in der überschrift spielen wir drehen fall der langen journey den nachfolger von der langen Montana nie so schauen wir mal ein was man ist einstellen können fast alles so dass ich denke ich mal noch alles erklärt oder sound ist so ich hoffe es wird so mal hinhauen wenn sie dann mal sehen ja so ich habe schon mal angezockt ich habe schon wie es rauskam schon gezockt bin nicht ganz durchgekommen aber schon ziemlich weit und jetzt schätze ich mal dass ich es mit euch mal ganz durchschaffen werde neues spiel ja wie schlimm schöne ladebildschirm überhaupt alles sauschön gemacht in dem spiel jetzt bin ich mal still ich bin am scheideweg zwischen wach sein und traum ein fahrt führt zu der welt zurück die ich hinter mir ließ der andere fahrt der andere fahrt führt zu einem ort der schatten zwischen dem vertrauten und unbekannten zwischen gewissheit und zweifel fällt meine wahl eindeutig aus jeder geistig normale mensch würde sich umdrehen und zur normalen welt zurückkehren vergessen was er gesehen hat unser leben in gnaden voller unwissenheit weiterführen doch in wahrheit ist es zu spät meine wahl habe ich vor vielen jahren getroffen als ich diese reise antrat jetzt kann ich nicht mehr zurück ich bin an einem scheideweg aber für mich gibt es nur einen fahrt ich lasse diese worte in der hoffnung zurück dass sie eines tages jemandem als leitfaden dienen werden wer auch immer dies lesen mag gott sei mit dir auf deinem wege wenn du dich jemals entscheidest in meine fußstapfen zu treten dann schau bei mir vorbei brian westhouse wir sind bereit deine reise beginnt ich merke schon ich muss das bisschen lauter stellen kann der stecke hau ich mal hoch dafür die musik weiter runter sollte jetzt mal hinhauen spiel generell stinkt normales adventure eigentlich man kann sich alles betrachten manche gebeten auf mein journal aufzupassen hoffentlich erleuchtet diese reise jemand anderem wir sind anscheinend brian westhaus das leben eines lamas ist so hart wie ihre betten haha das war ein cooler spruch wir können hier noch nicht rennen am anfang das ist jetzt hier nur das intro das sind gebets rollen das sind mani räder sie haben den aufdruck des mantra o mani padmahum es ist ein segen oder ein fluch das ist ein segen der meditiert Ich sollte ihn besser nicht stören. Und beide Welten müssen auch in einem Gleichgewicht leben und sonst haut es eben alles durcheinander. Ich kann es doch nicht verstehen mit ihrer Sprache. Oh, das Ritual. Das hatten wir schon. Oh, fängt schon an. Auf geht's, Baby. Sprechen. Bitte Reisender, steig auf das Podium. Und ab geht die Post. So, das war das Intro. Hups, war doch noch nicht das Intro. Jetzt sind wir, soweit ich jetzt erraten kann, in der Zwischenwelt gelandet. Zwischen den beiden. Was? Was machst du hier? Du darfst gar nicht hier sein. Es wird dich finden. Was zum... Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Wie bist du hierher gekommen? Schnell. Du kannst hier nicht bleiben. Ich... Ich weiß nicht, wie ich von hier wieder fort kann. Es ist hier. Was hast du getan? Was hast du nur getan? Was hab ich nur getan? Was meinst du? Was? Das Ungeträumte. Gott, was ist das? Was? Oh, oh. Jetzt geht die aufs Maul. Nein, nein, oh. Oh, ich kann nicht mehr laufen. Nein, nein. Ich erinnere mich an so japanische Pornos, wo Zentakel einbringen. So. Jetzt sind wir bei Zoe Castillo. Eine der Hauptpersonen. Eins. Es heißt, jede Geschichte habe einen Anfang und ein Ende. Das mag in den meisten Fällen richtig sein. Manchmal jedoch sind Anfang und Ende ein und dasselbe. Mein Name ist Zoe Castillo. Normalerweise bin ich nicht so blass, aber so sieht man nun mal aus, wenn man im Koma liegt. Das ist mein Vater Gabriel. Ich bin alles, was er in dieser Welt hat. Meine Mutter starb vor 15 Jahren und ich habe keine Geschwister. Ich denke, er wird sehr einsam sein, wenn es mich nicht mehr gibt. Ich wünschte, ich könnte nur noch ein einziges Mal mit ihm sprechen, ihn wissen lassen, dass alles okay ist. Aber das wäre eine Lüge. Das Einzige, was ich sagen könnte, wäre, leb wohl. Da ich in diesem Bett liege, aber trotzdem zu euch sprechen kann, muss dies wohl so etwas wie eine außerkörperliche Erfahrung sein. Ich bin nicht sicher, ob ihr mich hören könnt, aber ich habe kürzlich Erlebnisse mit Stimmen aus dem Jenseits gehabt und somit gebe ich diesem hier eine Chance. Schlimme Dinge sind passiert und jeder, der die Wahrheit kennt, ist entweder tot oder vom Angesicht dieser Welt verschwunden. Falls ich zu jemandem durchkomme, zu irgendwem, kann vielleicht etwas getan werden. Wenn ihr mich also wahrnehmen könnt, bitte hört zu. Dies ist sehr, sehr wichtig. Vielleicht ist es das Wichtigste, was es je gab. Bitte verzeiht mir, wenn ich jetzt das älteste Klischee der Literatur benutze. Alles begann damit, dass... Und wie ein Schwenden auf dem Balkon wird, ist es sehr schöner Einstieg. Geht die Tür auf? Wie sie auf, wie sie auf? Nein, sie geht nicht auf. Wunderschöner Strand. Schade, dass Sie davon nichts mitbekommen. Oh, aber richtig schön gemacht, Kameraführung. Dreamfall. Diese unglückliche Kuh zum implodieren gebracht. Ryan? Ein würziger Fleischklops. Ihren ist menschlich, aber vergeben ist rindlich. Wir gehen langsam die Kuhwitze aus, Leute. Danke, Diane. Die Stasis war heute Morgen für eine Massenkarambolage auf dem Crosstown Express verantwortlich, wobei eine Person umkam und fünf verletzt wurden. Zeugen berichteten, dass ein Warentransporter den Kontakt zum Netz verlor und die manuellen Systeme versagten, die Steuerung zu übernehmen. Das führte zu einer Kollision. Dieser Unfall deckt sich mit einem Bericht der CTU, der mit absoluter Sicherheit behauptet, dass die Stasis von starker Sonnenfleckenaktivität herrührt. Dem Bericht wurde bereits heftig widersprochen von einigen... Zoe! Höll? Finde sie! Rente sie! Finde sie! Rente sie! Was war das? Muss irgendeine Virus-Werbung gewesen sein. Und unser Watia kommt. Zoe, hier ist eine Nachricht. Mein Handy piept. So, da sind wir wieder. Ja, das Handy kann man so lange piepsen lassen, wie wir wollen. Schön, wie sich die Haare dann noch bewegen. Ach Gott, ist die schnell. Äh, ja, nochmal zur Erklärung. Wir sind jetzt hier in der normalen Welt, vielleicht ein bisschen zukunftsträchtig eben. Und es gibt eine sogenannte Stasis. Stasis ist einfach nur totale Überwachung in dieser Welt. Sprich, egal wo wir sind, hier ist Stasis, da ist Stasis und da ist Stasis. Stasis ist sozusagen das Internet und es ist in der Welt allgegenwärtig. Und man wird dadurch kontrolliert. Schauen wir das Bett an. Wow, so etwas würde ich schon immer im Bett haben. Der Fernseher. Ich musste Dad eine Million mal nerven, ehe er mir dieses im Fenstersystem kaufte. Er glaubt, dass ich zu viel Zeit vor dem Fernseher verbringe. Da hat er nicht Unrecht. Und aus. Central, scream aus. Da ist eine Nachricht auf meinem Handy. Da ist eine Nachricht auf meinem Handy. Ja, kann ich ihm ansehen. Ah, jetzt muss ich näher rangehen. Dies ist eine automatische Erinnerung, gesendet von, shit, die Sporthalle. Ach na, wir wollten doch zur Sporthalle. Drücken Sie M, um auf das Mobilitätsradipuffer und zu... Um das Handy anzusehen. Dies ist eine automatische Erinnerung der Pass bezüglich deines Termins in der Sporthalle. Bedauere es nicht, wenn du zu spät kommst, sondern komm einfach rechtzeitig. Was haben wir noch? Info. Ach, das sind die letzten Gespräche. Und das ist einfach nur mein Journal. Schauen wir uns doch mal die Wartier an. Ich hab doch schon M gedrückt. Moment. Moment, Moment, abbrechen. Maus dort hoch. Ah, jetzt. Handy. Was haben wir hier? Schraubenschüssel anziehen. Ach so, da kann ich den Gegenschnitt zusammenfassen wie in jedem Adventure. Brauchen wir jetzt nicht. Ich würde jetzt gerade gern irgendwie wieder... Ah, aufs Maße drücken. Okay. Haben wir das auch wieder. Sprechen mit Bratilla. Bratilla, wie auch immer. Ah, Wonkas heißt den Satter. Zoe, möchtest du ein Spiel spielen? Nicht heute, ich bin nicht in Stimmung. Oh, okay. Was haben wir denn? Schauen wir doch unseren Terminplan an. Was steht denn heute auf meinem Terminplan, Wonkas? Nun, da wäre die Sporthalle um 11.30 Uhr. Richtig. Und danach? Und die Party heute Nacht. Es gibt nichts davor? Nein, Zoe, das ist alles. Ich brauche wirklich einen neuen Job. Ja, wir sind anscheinend arbeitslos. Ich glaube, wir haben unser Student probiert. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Wie lauten die Schlagzeilen heute? Gagan Galanka wurde letzten Abend mit dem chinesischen Model Vivian Zhu in Europolis, in dem protzigen Nachtclub Bitte gesehen. Augenzeugen sagten... Nein. Die nächste Story bitte. Der Kasavi-Playboy Baptist Messert schockierte seine Zuschauer mit... Seine Penis. Überspring die Klatschbalken. Gibt's nichts anderes? Es stellte sich heraus, dass der Bingo-Diätwein mehr Kalorien hat als... Gibt es keine richtigen Nachrichten? Du hast mich auf Unterhaltungsnachrichten, Schlagzeilen und Schlankheitskuren programmiert, Zoe. Wenn du meinen News-Filter anders programmieren willst, ist das ganz einfach. Ah, nein. Ich glaube, dass ich mir einen News-Suite-Zugang einrichten werde. Eben. Du kleines Ding bist überflüssig geworden. Langweil dich das nicht, hier immer nur in meinem Zimmer zu sitzen? Mich schon. Ich langweile mich nicht. Ich denke eine Menge. Wirklich? Was denn? Über die schönen Zeiten, die wir miteinander hatten, Zoe. Diese Erinnerungen machen mich glücklich. Wonkas, das ist traurig. Warum? Ich wurde nicht programmiert, um mich schlecht zu fühlen, Zoe. Ich wurde programmiert, immer glücklich zu sein. Du glücklicher. Ich wünschte, ich wüsste, was das für ein Gefühl ist. Tja, musst deine Arbeit suchen. Vielleicht kommt dann mal wieder dein Leben in Schwung. Ich muss mich auf die Socken machen. Bist du sicher, dass du kein Spiel spielen willst? Wir haben so lange kein Spiel mehr gespielt. Tut mir leid, Wonkas. Ich hatte in letzter Zeit keine Lust, Spiele zu spielen. Wie du willst. So, bevor wir gehen, sollten wir uns aber noch einen schicken Fummel anziehen. Was für ein Chaos. Hier, schauen wir an. Dieser Schrank ist definitiv nicht groß genug für mich. Ich wollte schon immer einen richtigen Ankleideraum haben. Los, aufmachen. Und wir schauen nach, was für ein Fummel drin ist. Diese Klamotten sind sauber, denke ich. So, dürfen wir natürlich nicht sehen. So, oder? Na, 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 ich will hier raus. So. Und jetzt können wir runtergehen. Da ist schon unser Vater. Guten Morgen, Zoe. Dad, was tust du noch zu Hause? Meinen Kaffee trinken? Der Zug fährt nicht vor ein Uhr und ich dachte, dass ich zur Abwechslung noch ein wenig schlafen könnte. Zug? Welcher Zug? Der Zug nach Bombay. Bombay? Ach, du lieber Gott, Zoe, hast du das schon vergessen? Wir haben am Dienstag darüber gesprochen. Ich mache eine Dienstreise nach Bombay. Erinnerst du dich? Ach, Bombay, richtig. Ich dachte, das wäre nächste... Warte, ist heute Donnerstag? Wie erbärmlich das ist. Ich weiß nicht einmal mehr, welcher Tag es ist. Nun, wenigstens bist du vormittag wach. Das ist ja schon etwas. Hast du irgendwelche Pläne heute Morgen? Ich meine, was davon noch übrig ist. Ich gehe ins Training. Siehst du? Du hast doch noch eine gewisse Hingabe für etwas. Entweder das, oder ich studiere wieder die Stellenanzeigen und werde depressiv wegen all der Jobs, für die ich nicht qualifiziert genug bin. Wenn du so empfindest, warum gehst du dann nicht wieder auf die Schule? Dad, fang nicht wieder damit an. Es tut mir leid, Zoe. Aber ganz offensichtlich bist du hier nicht glücklich. Ändere deine Situation. Biotech ist nicht das Einzige, was Kapstadt zu bieten hat. Himmel, warum willst du die Universität nicht wechseln? Ich werde dir helfen. Bombay hat eine großartige Schule für Biotechnik. Ich könnte vorbeischauen, während ich dort bin. Wir hatten diese Diskussion bereits. Ich wünschte, es wäre so leicht. Bist du der Meinung, es fehlt mir an einem Ziel oder an Ambitionen? Nun, ich weiß einfach noch nicht, was ich will. Würdest du bitte Verständnis dafür aufbringen? Ich brauche Zeit. Okay, okay. Ich werde dich nicht drängen. Ich bin glücklich, dich wieder daheim zu haben, Zoe. Ich hasse es nur, dich so zu sehen. Ich auch, Dad. Ich auch. Ist ja gut, dass wir es selber denken. So, der Mädel, reden wir mal ein bisschen mit deinem Paps. Hör zu, Dad. Würdest du es schlimm finden, wenn ich heute Abend ein paar Leute einlade? Du fragst mich, ob du eine Party geben kannst? Nein, keine Party. Mehr so etwas wie eine... eine Soiree. Ist recht. Ich hoffe, dass es keine Jungs oder Alkohol auf dieser Soiree geben wird. Es wird bestimmt keine Drogen geben. Wie findest du das? Du weißt, wie man Dinge relativiert, Zoe. Einverstanden. Wann hast du jemals meine Erlaubnis dazu gebraucht? Ich weiß, wie man mit dir spielt, Dad. Das tun alle Töchter auf diese Art, nicht wahr? Was macht er denn überhaupt auf seiner Dienstreise? Was machst du eigentlich in Bombay? Wir unterzeichnen einen Vertrag wegen der neuen Biotech-Ausrüstung und sie brauchen mich, um die andere Seite einschätzen zu können. Oh, das hört sich wirklich, wirklich langweilig an. Ich dachte, dass du mehr im Labor arbeiten wolltest. Das tat ich und das tue ich. Das passiert eben, wenn du befördert wirst. Geschieht dir recht dafür, dass du so eifrig warst? Wann kommst du denn zurück? Ich bin nicht sicher. Es könnte ein paar Tage oder auch zwei Wochen dauern. Wirklich? Zwei Wochen? Dann habe ich das Haus für mich allein. Ich meine, ich muss zwei Wochen allein sein? Ja. Und wir sprachen auch am Dienstag darüber. Entschuldige. Meine Gedanken waren gerade anderswo. Bei dicken Schwämmen. Kaufst du mir etwas in Bombay? Etwas Exotisches? Vielleicht so etwas für einen Wecker? Lass dich. Ja, ja. Wie geht es mit deiner Arbeit voran? Bist du in Ordnung? Weißt du, ich erinnere mich gar nicht mehr an das letzte Mal, als du mich nach meinem Job gefragt hast. Hm. Nur mach'n Witz. Hey, ich versuche eine interessierte Tochter zu sein. Glaubst du mir das nicht? Schon gut, schon gut. Tut mir leid. Die Arbeit ist gut. Die Beförderung hält mich ziemlich auf Trab. Ich hab's bemerkt. Wir haben seit dem Weihnachtsabend nicht mehr zusammen gegessen. Das ist schade. Was hältst du davon? Ich verspreche dir, für dich zu kochen, wenn ich von Bombay zurückkomme. Oh, Spaghetti. Ich dachte mehr an einen Salat. Oh, nein. Versuchst du mir zu sagen, dass ich abnehmen soll? Na schön, dein Spaghetti. Sieht doch wirklich gut aus, die Alte. Ja, nochmal, nochmal. Also, gibt es bei deiner Arbeit irgendwas Neues? Abgesehen von dieser Reise? Nicht wirklich, nein. Das Ganze ist ziemlich langweiliger Stoff. Komm schon, ich studierte ebenfalls Biotechnik. Vergiss das nicht. Ich weiß ganz genau, wie langweilig das sein kann. Das ist wahr. Ich hab vergessen, dass meine wunderschöne und talentierte Tochter dachte, dass es eine gute Idee wäre, in meine Fußstopfen zu treten. Du musst dir darüber keine Sorgen mehr machen. Ich bin jetzt die wunderschöne und talentierte Aussteiger-Tochter. Du hast mir der Tradition in wahrem Castillo-Stil gebrochen. Ich muss mich beeilen. Ich sollte bereits beim Training sein. Hab eine gute Reise, okay? Du weißt nicht sicher, wann du zurückkommst? Es könnte eine Weile dauern, je nachdem, wie die Inspektionen vorangehen. Und ich muss mich noch um ein anderes Geschäft in Bombay bemühen. Wirklich? Was ist es? Ah, nur Arbeit. Es gibt mehrere Biotech-Zentralen in Bombay und ich muss an einigen Sitzungen teilnehmen. Ruf mich an, wenn es irgendetwas gibt. Wenn ich nicht gleich abhebe, bedeutet das, dass ich in einer Sitzung bin oder innerhalb eines Sicherheitsbereiches, ich rufe dich zurück, sobald ich kann. Ich verspreche es. Bye, Dad. Mach's gut, Lieblie. Ja, ja. Ja, halt's Maul. Ich will den endlich hier sturmfrei haben, hier Party schmeißen. Ich kann mich nicht erinnern, wann Dad und ich zuletzt gemeinsam beim Abendessen saßen. So, und wir gehen nach draußen zum, Richtung, äh, Richtung Training. Werden aber hier mal abbrechen. Das war jetzt das Intro von Dreamfall, beziehungsweise wir sind eigentlich noch in der Intro-Phase. Jo, schauen uns hier noch ein bisschen die Gegend an, in denen wir wohnen. Und dann geht, denke ich, auch gleich mal die Action los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.